Also der Präsident ahnt schon, worum es geht, aber mal schauen. Also ich wollte jetzt jedenfalls nicht über das Bier reden. Also jedenfalls, weil Sie es erwähnt haben, Sie haben gesagt, die Berliner haben schon mehr Demokratie. Naja, mehr Demokratie, die Berliner haben vielleicht mehr Demokratie, als sie sie vor 10 oder 20 Jahren haben, vielleicht an einigen Stellen, aber mehr heißt halt immer mehr, als man jetzt hat und nicht mehr als... Ja, es ist mir nicht ganz klar geworden, was Sie eigentlich meinten. Aber weil Sie es erwähnt haben, mehr Demokratie, dass mehr Demokratie uns bescheinigt, ein Berlins Spitzenreiter zu sein, das kann ich Ihnen tatsächlich gerade aus dem Kopf sagen, dass es so nicht stimmt, jedenfalls nicht der Landesverband Berlin-Brandenburg von mehr Demokratie, weil das habe ich erst heute Morgen in einer Pressemitteilung gelesen, dass Sie uns auf dem dritten Platz im bundesweiten Vergleich sehen, was Demokratie unter dem Bundesland angeht. Ja, ja, genau. Nämlich in einer Pressemitteilung, wenn Sie es so sagen, nämlich in einer Pressemitteilung, in der Sie den Antrag, den wir hier vorgelegt haben, explizit unterstützen. Was Bayern angeht, nein, wir müssen nicht alles aus Bayern übernehmen, auch ganz unbedingt oder sicher nicht den Umgang mit der Presse an manchen Stellen. Auch da bin ich eigentlich ganz zufrieden im Vergleich, aber wenn es dort sinnvolle Regelungen gibt, kann man sie sich ja mal anschauen und überlegen, ob die hier nicht auch sinnvoll wären. Ich glaube nicht, dass man das gleich von vornherein ablehnen sollte. Und auch die bayerische Verfassung ist gar nicht so schlecht wie die Politik dort. Also, da kann man sich schon...